Es gab Menschen auf dieser Welt, die weit schlimmere Ansichten gehabt haben als ich. Und eines Tages wird schon noch jemand kommen, der mir zuhört. Es geht ja nicht um Toleranz. Es geht um Wahrheit. Es geht um die Herrschaft der Mehrheit und ich schlage sie nieder. Die ihr von Humanität sprecht, solltet die überflüssig gewordenen unteren Schichten nicht hätscheln und verwöhnen. Ihr solltet uns vor ihrem Dasein schützen, ihr solltet sie ausrotten. Der Reichtum richtet uns alle zugrunde. Nicht langer, wir haben sie hier, die Seuche. Die Seuche? Es ist aus. Meine Ruhe ist stehen geblieben. Sieben, gehen Sie noch? Zehn Jahre später. Ich sehe diese Schreie gehören. Ich sehe keinen Widerspruch darin, zu anderen Zeiten anders gedacht zu haben. Was haben Sie gesagt? Sollte man mit Verrätern unserer Sache tun? Man sollte sie erschießen. Hab ich euch. Ich bin da. Ich bin da.